Ich kann eine French-Sprache. Also, meine Schwester hat auch gelernt und wir haben es vom Fernseher gelernt. Doriana, 14 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in dem kleinen Dorftom John im Norden Albaniens. In dieser kargen Gegend ist die Situation für die Menschen sehr schwierig, denn Arbeit gibt es selten. Die Feldarbeit bleibt den Frauen. Doch die Landwirtschaft sichert ihnen zumindest ein Überleben. Sebastian begleitet seine Schwester in die Schule. Für ihn beginnt das erste Schuljahr. Doriana besucht die vierte Klasse der Hauptschule. Der Schulbesuch macht ihr Freude. Die Schule selbst wurde im Jahr 2000 von dem Verein Schüler helfen Schüler aus Vorarlberg neu gebaut und ermöglicht einen geordneten Schulbetrieb. Fremdsprachen sind sehr wichtig, aber hier gibt es keine Lehrer. Für die Kinder ist es ein großer Nachteil. Hier können sie kein Englisch, kein Italienisch und kein Deutsch lernen. Dabei wären die Kinder sehr intelligent und würden gut lernen. Doriana ist eine gute Schülerin. Eine sehr gute. Nach der Schule ist es die Aufgabe von Doriana und ihrer Schwester Mariana, die noch Ferien hat, die Tiere im Stall zu versorgen. Für die Mädchen ist dies eine Selbstverständlichkeit. Die Hühner wollen ihr Futter und die Schafe müssen auf die Weide getrieben werden. Sie liefern den Menschen das Fleisch und die Wolle für die kalte Jahreszeit. Mama Marcella kocht inzwischen das Essen für die Familie. Von einem Küchenkomfort, wie er bei uns üblich ist, können die Frauen nur träumen. Alles, was auf den Teller kommt, stammt aus dem eigenen Garten. Sebastian, der Nachzügler, wird noch vor Doriana mit einem gebratenen Maiskulpen verwöhnt. Bevor am Nachmittag die Arbeit auf dem Feld beginnt, bleibt noch etwas Zeit fürs Fernsehen. Es ist nicht nur Zeitvertreib, sondern ermöglicht ihnen auch den Blick in die weite Welt. Die drei Mädchen haben es auch geschafft, nur mit Hilfe des Fernsehens eine Fremdsprache zu erlernen. Also, so wie wir es gelernt haben, war es ohne Untertitel. Also, man muss eigentlich nur von klein auf diese Sprache hören und dann lernt man sie. Unsere Schulkameraden glaubten uns am Anfang nicht. Aber viele Male kamen Leute aus Österreich, die die Schule gebaut haben, und sie schauten sich die Schule an. Also, am Anfang haben wir uns nicht getraut, ihnen zu sprechen. Wir waren schüchtern. Aber dann, als wir zum ersten Mal mit ihnen geredet haben, dann waren alle zum ersten Mal erstaunt. Und dann haben sie uns gefragt, wie wir es gelernt haben, und haben sich eigentlich sehr gefreut. Vielleicht waren sie auch ein bisschen einfallsüchtig. Haupterwerb für die Familie Kuni ist die Landwirtschaft. Papa Lecki, 53 Jahre alt, arbeitet noch gelegentlich als Chauffeur. Meine Mädchen sollen selber entscheiden, was sie lernen und auch, wen sie heiraten möchten. Aber die Bildung, die ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich bin stolz, dass sie schon eine Fremdsprache können. Meine Erziehung war noch sehr streng. Ich möchte meinen Kindern die Freiheit geben, das zu lernen, was für sie wichtig ist. Sie sollen etwas erreichen können und selbstständig sein. Für Mariana heisst es bald wieder Abschied nehmen. Denn sie hat ein Studium in Skoda begonnen. Wir waren ganz klein und wir haben die Wörter immer in unserem Kopf gespeichert. Und dann war die Sprache da. Für mich ist es sehr wichtig, weil mit Deutsch kann ich etwas anfangen. Auch mit anderen Sprachen. Aber in meinem Fall kenne ich jetzt die deutsche Sprache. Und ich kann damit Arbeit finden. Vielleicht, wenn ich mein Studium hinter mir habe, kann ich Lehrerin werden, Dolmetscherin. Komm, wir gehen zum Flarsch. Dann multiply das auf den Weg hin. Wir werden uns gleich wieder wieder übernehmen, und sagen, wir sehen uns jetzt die Blöden und die Löstern. Wir werden uns dann in den Weg hinivozen und die Löstern. Schönen, sie haben sich die Gäste. Schönen, sie haben sich die Gäste. Dann blendieren wir uns in den Griff. Das war's.